Es ist einfach Wahnsinn, wie viele Lichter hier sind. Und wie man einfach über die Stadt gucken kann. Es glitzert und funkelt überall alles. Überall rote Lichter, es sind Häuser bis zum Horizont. Man erkennt nichts anderes als Häuser. Also ich finde es total faszinierend, wie hoch hier die ganzen Häuser sind. Wie viele Lichter hier in der gesamten Stadt sind. Und auch wie weit dieses Lichter mehr noch geht. Also man kann ja bis zum Horizont gucken und sieht immer noch weitere Häuser. Und das ist wirklich sehr faszinierend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017